Kaum ein Betriebssystem polarisiert so sehr wie Windows 11. Einerseits finden viele Leute, dass Windows 11 sich optisch sehr doll verschönert hat. Die Benutzeroberfläche ist jetzt sehr viel moderner, sehr viel intuitiver, inklusive des Einstellungsmenüs. Andererseits ist Windows 11 oder beziehungsweise Microsoft doch ziemlich übergriffig, was die Telemetrie betrifft. So hat man eine Registrierungspflicht, um überhaupt die meisten Funktionen von Windows 11 nutzen zu können. Und selbstverständlich ist Windows 11 ziemlich pingelig, was die Performance betrifft, die notwendig ist, oder die Spezifikationen, die notwendig sind, um Windows 11 überhaupt installieren zu können. Ganz klar, dass das natürlich den vielen Nutzern gegen den Strich geht. Und da kommt es doch sehr willkommen, dass es ein Betriebssystem gibt, was a. so hübsch aussieht wie Windows 11 und b. kein Windows ist. Und hier sind wir auch schon bei Linux FX 11. Oder auch Windows 11, das spielt keine Rolle. Der Entwickler hat hier irgendwie zwei Webseiten erstellt oder zwei Namen vergeben. Wie dem auch sei, das gucken wir uns jetzt mal genauer an, was Windows FX ist oder Linux FX. Also schnappt ihr einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute schauen wir uns Windows FX genauer an oder auch Linux FX genannt. Und ja, ich habe mir hier schon mal die Seite von distrowatch.com aufgerufen und hier sehen wir nämlich schon mal einen guten Überblick, um was es sich bei Linux FX denn handelt. Es ist ein, es basiert auf einem Ubuntu LTS. LTS ist aktuell zu diesem Zeitpunkt 20.4, Ubuntu Version 20.4. Kommt aus Brasilien und hat den KDE Plasma Desktop. So und ja, und das richtet sich eben laut Entwickler an jene, die eben Windows sehr hübsch finden, den Rest aber nicht. Gut, und ja, aus Gründen wahrscheinlich des Marketings haben die dann auch einfach eine zweite Seite aufgemacht, die sich einfach Windows FX nennt. Ich hatte erst gedacht, dass es sich hier irgendwie um einen Fake handelt, um zwei unterschiedliche Betriebssysteme. Allerdings ist mir dann hier unten aufgefallen, wenn ich auf Kontakt zum Beispiel hier gehe, beziehungsweise auf hier Facebook, Twitter und so weiter, dann sieht man hier ganz unten links kommt dann auch Linux FX OS. Also das ist quasi nur ein, ja, Marketing Ableger hier. Deswegen schließen wir das, es ist wirklich eins zu eins, dasselbe. So, das können wir auch schließen. Gut, ja, ein Blick auf die Webseite sieht erst mal gar nicht so schlecht aus. Leider nur auf Englisch. Wie so vieles in der Linux Welt ist das meiste auf Englisch. So, äh, schnell, stabil und sehr sicher. Das Microsoft Windows 11 Interface mit der Geschwindigkeit und Sicherheit von Linux FX. Nun weiß ich nicht, inwiefern Sie damit eine rote Linie ein Stück weit überschreiten, wenn Sie den Namen Microsoft und Windows so ganz exzessiv hier bewerben für ein Open Source Betriebssystem. Aber das soll gar nicht unsere Sorge sein. Schauen wir mal an, äh, Users who like Microsoft Windows 7. Also, es gibt ein Theme, das sich an das Windows 7 Theme besonders anlehnt. Äh, jetzt hat er hier das Ganze weggeschalten. Ich will nochmal zurück. Wo haben wir hier? Windows 7. Hier, äh, Cinnamon. Genau. So, also Windows 7, äh, das nutzt dann den Cinnamon Desktop, der dann entsprechend konfiguriert ist. Wir schauen gleich mal weiter. Wir haben dann noch Windows 10 mit dem, äh, ja, das Windows 10 Desktop. Das ist dann bereits KDE Plasma und natürlich ganz frisch Linux FX 11, also mit dem Windows 11 Theme. Gut, äh, ein Stückchen weiter runtergescrollt finden wir noch eine, eine Unterschiedsliste, denn man hat die Möglichkeit für 35 Dollar, also umgerechnet 30 Euro, äh, die Professional Version von Linux FX zu erwerben. Und, äh, und zwar bekommt man zwar alle optionalen, äh, alle operationalen Features bekommt man in beiden Editionen zwar dauerhaft, äh, frei. Allerdings ist der Android Support, dann das, äh, Desktop System Settings und so weiter, die Tools. Das alles, inklusive Voice Assistant, Active Directory, OneDrive Dateimanager und die, äh, Windows FX Desktop Resources, das ist also dieser, dieser, äh, Theme Manager, der nachher diese ganzen Themes festlegt. Äh, äh, das alles ist nur in der Professional Version enthalten. Allerdings, äh, limitiert auf 30 Tage, so wie es aussieht, hat man wohl wenigstens die Desktop Resources. Gut, dann können wir hier entsprechend nochmal ein Video anschauen oder wir laden uns das Ganze jetzt einfach mal runter. So, dann gehe ich hier einfach mal drauf. So, dann komme ich in das Download Center und, äh, hier jetzt schon mal ein ganz wichtiger Tipp, falls du dir das ebenfalls mal herunterladen und testen möchtest. Gehe bitte hier auf Select Other Mirrors und dann wähle hier NetCologne GmbH aus. Hat für mich eine Weile gedauert, ehe ich das, äh, richtige Mirror rausgefunden habe, denn der Download dauert sonst, wenn ich ganz normal über den Direktlink gehe, über Sourceforge, dauert der Download ungefähr eine Stunde. Das sind 4,6 Gigabyte, das ist 4,6 Gigabyte große Datei. Hier sieht man das schon mal, oder ja, 4,3, äh, ist eine große Datei. Ja, hier sieht man auch schon, da habe ich einige Downloads abgebrochen, weil die dann mir einfach viel zu lange gedauert haben. Und, äh, der NetCologne GmbH, äh, Mirror, der, ja, da hat der Download bei mir dann nur noch 3 Minuten gedauert. Ich habe ja auch eine sehr schnelle Internetleitung, Gott sei Dank, und deswegen konnten die 4 Gigabyte innerhalb von 3 Minuten heruntergeladen. Bei dir dann natürlich entsprechend deiner Internetgeschwindigkeit. Gut, dann, ähm, würde ich sagen, wechseln wir mal in die virtuelle Maschine. Und da habe ich, äh, jetzt das Ganze hier schon soweit vorbereitet. Äh, wir nehmen den Chipsatz, ähm, Q35 hier wieder mit UEFI-System, also wir machen eine ganz normale UEFI-Installation. So, hier nochmal ein Wort der Warnung. Äh, bitte, wenn du auch QMU benutzt, also den Word Manager in Linux, dann bitte unbedingt den Videotreiber von QXL, der steht standardgemäß auf QXL, auf Word.io umstellen. Ansonsten kriegst du KDE Plasma nicht in den Vollbild skaliert. Da weigert sich Plasma, deswegen nicht verzagen, sondern hier bei Video auf Word.io umschalten. Gut, dann starten wir mal die Maschine. Im Übrigen habe ich, ähm, Linux FX selber noch gar nicht getestet. Also ich habe es noch gar nicht installiert. Äh, das wird für mich jetzt ebenfalls eine Premiere. So, hier kommen wir in einen Bootloader rein. Ich nehme mal an, das wird Grub sein. Und dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, äh, ja, die verschiedenen Sachen auszuwählen. Ich nehme ganz normal Linux FX 11, das erste. So, jetzt sind wir auch schon auf der Oberfläche. Eben haben wir das wunderschöne Windows-Logo gesehen. Ich bezweifle wirklich, dass das irgendwie mit rechten Dingen zugeht. Ich bin kein Jurist oder ähnliches. Allerdings würde ich sagen, hier wird ganz schön, äh, das Urheberrecht ganz schön gedehnt, will ich mal vorsichtshalber sagen. So, hier werde ich jetzt darüber informiert, dass, äh, WX Desktop, die ganzen Tools im Trial-Modus, ja, laufen. Und, äh, ich die Möglichkeit habe, das Ganze dann entsprechend zu erwerben, damit ich die Vollversion kriege. Das möge uns jetzt aber erstmal nicht stören. Ich möchte hoch. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe jetzt hier irgendwas geklickt, was ich nicht weiß, was ich nicht klicken wollte. Ach, ich habe hier versehentlich ein Panel dazu, äh, ähm, Edit, das Panel wieder löschen. Hier, Remove Panel. Gut, habe ich jetzt hier versehentlich drauf gedrückt. Gut, ich will jetzt erstmal schauen, ob wir das Ganze hier in einer guten Vollbild-Auflösung hier hinkriegen. Dann, äh, wollen wir mal schauen. Display. Funktioniert natürlich nicht. Dann nehmen wir einfach mal System Settings. So, was haben wir hier? Application, Security, Display und Monitor. Hier haben wir es. Sehr gut. Und dann gucken wir mal hier auf Vollbild-Apply. Und Keep. Ja, perfekt. Super. So, dann können wir das Ganze jetzt hier wieder. Schließen. Und so haben wir das Ganze jetzt im Vollbild. Ich meine, es sieht wirklich optisch gar nicht so schlecht aus. Kann man einfach nicht anders sagen. Aber wir installieren mal. Wir schauen mal, wie sich das Ganze auf der Platte macht. So, so wie es aussieht, ist das hier der Calamares Installer. Den kennt man schon von vielen anderen Betriebssystemen. Ich glaube, in der letzten Folge hat sich, äh, haben wir auch den Calamares Installer gehabt. Ist ein sehr schöner Installer. Kann ich, äh, kann ich, äh, nur sagen. Der ist, äh, unglaublich toll. Intuitiv. So, ich befinde mich ungefähr da. So, sehr gut. Einmal weiter. So, das ist jetzt die aktuelle Tastatur. Das können wir jetzt so lassen. Dann Festplatte löschen. Ich habe eine 50 GB Festplatte jetzt drin, weil ich leider nicht weiß, wie viel jetzt tatsächlich auch gebraucht wird. Allerdings möchte der mir hier 8 GB Swap Partitionen zuweisen. Ob so viel notwendig ist, wage ich zu bezweifeln. Aber wir lassen mal lieber alles so, wie es ist. Dann geben wir hier noch unseren Benutzernamen ein. So, der Computer ist Windows FX 11. So, und dann hier noch ein sehr schweres und sicheres Passwort für den Benutzertyp. Und dann können wir im Prinzip schon die Installation starten. Und da hat es mir die Auflösung zerschossen. So, nach circa 5 Minuten war die Installation dann auch fertig. Und dann können wir direkt neu starten. Und hier befinden wir uns dann im Login-Bildschirm. Das sieht mir ganz nach SDDM aus. Der Standard Display Manager für KDE Plasma. Hier oben sehen wir auch schon, habe ich die Möglichkeit, mich Plasma Wayland Kodi, oh, da gucken wir dann gleich mal, und Plasma 11 uns einzuloggen. Sehr schön. Ja, wie gesagt, das mit dem Windows-Logo hier zu Beginn. Ich halte das für, ja, sehr grenzwertig, was das Urheberrecht betrifft. Aber das müssen andere entscheiden. Gut, hier ist schon ein Einstellungsfenster aufgegangen. Das, dem werden wir uns aber gleich, ach doch, den können wir uns eigentlich gleich widmen. Ich möchte nämlich als allererstes mal die Bildschirmauflösung ändern. So, und wir sehen hier auch, alles ist jetzt auch schon auf Deutsch umgestellt. Das heißt, die Übersetzung auf Deutsch hat auch wunderbar funktioniert. Finde ich sehr, sehr gut. So, gucken wir mal. System, Anzeige. Und wieder auf Full HD anwenden. Okay, gut, so, also, wir machen die Einstellung mal weg und lassen erstmal alles auf uns wirken. Und, ja, dann schauen wir doch mal hier. So sieht dann das Startmenü aus. Es ist wirklich quasi 1 zu 1 wie bei, ja, Windows 11. Die PowerShell ist natürlich nicht die PowerShell, sondern wahrscheinlich Konsole mit K, genau. So heißt dieses Programm. Allerdings finde ich das interessant, dass tatsächlich PowerShell als Standardshell integriert wurde. Das heißt, das ist noch nicht mal die Bash-Shell, sondern wirklich PowerShell. Sehen wir hier oben dann auch P, W, S, H, PowerShell. Das finde ich interessant. Das heißt, so Standardbefehle wie zum Beispiel U-Name-R, um den Kern herauszufinden, ja, funktionieren scheinbar doch. So, hier haben wir den Latest, äh, ja, LTS-Körnel drin. Der neuste LTS-Körnel, der 5.13. Ist ein sehr, sehr guter, sehr, sehr stabiler Kernel. Finde ich sehr, sehr gut. Und, äh, ja, haben wir denn eigentlich sudo installiert? Ja, das funktioniert alles wahrscheinlich wie gehabt, so wie es aussieht. Äh, interessant finde ich, wenn wir jetzt hier, äh, mal schauen, was jetzt hier, was wir hier denn so lesen. Ich mach das mal ein bisschen größer. So, also, einerseits werden hier, ähm, ja, ein paar Ubuntu-Repositories eingebunden. Da wird ein paar, per an ein paar Sachen heruntergeladen. Das ist klar, OnlyOffice. Aber, äh, Google ist direkt mit eingebunden, mit Debian Stable Chrome. So, ich nehme mal an, dass, äh, das kann jetzt der Browser hier unten dann ein, äh, hier steht jetzt Microsoft Edge-Browser. Aber es könnte auch ein Chromium sein, der ein bisschen nach Edge aussieht. Das werden wir gleich sehen. So, wir haben hier Skype ist mit drin. Und hier haben wir dann noch ein paar Microsoft, äh, Packages ebenfalls mit eingebunden, äh, aus den Repos. Zum Beispiel MS Teams und, äh, hier Repos Code. Ich nehme mal an, da wird es dann auch noch mal so um ein paar Microsoft-spezifische Sachen gehen, die halt direkt aus den Repositories von Microsoft geladen werden. Finde ich interessant. Hier sehen wir auch einen Yannick, der, äh, irgendetwas mit OneDrive hier eingebunden hat. Finde ich, äh, auch interessant. Und hier ist Telegram ebenfalls standardgemäß mit drin. Diese Launchpad-PPAs ist im Prinzip das, was man unter, bei Arch Linux unter diesem AUR kennt, dieses Arch User Repository. Launchpad ist quasi, ja, das sind User Repositories. Jeder Nutzer kann sein eigenes Repository dort anlegen und entsprechend in, ja, Debian-basierende Betriebssysteme entsprechend einbinden. Ja, äh, das kann Ubuntu, Mint, äh, Zorin OS, Elementor US und so weiter und so fort, kann jeder über Launchpad sein Zeug quasi einbinden. Gut, ähm, sei es erstmal drum, das ist sehr interessant. Ja, das, ähm, Konsole sieht quasi optisch so aus, wie, ähm, die KDE-Konsole eben aussieht. Also da wurde jetzt nicht viel angepasst, das sieht tatsächlich, äh, original so aus, wie auch auf einem normalen, äh, Vanilla-KDE-Desktop. Gut, dann, was haben wir hier unten? Find, okay, hier ist ein Finder integriert. Wir schauen mal, was hier die Einstellungen sagen. Und About, es ist der U-Launcher, der hier eingebunden ist. Sehr interessant. So, was haben wir hier? Virtual Desktop, hier kann ich dann wahrscheinlich mehrere Desktops. Windows 4 sind standardgemäß schon eingestellt, okay. Ja, das ist, äh, normal, könnte man sagen. Widget, schauen wir mal, was wir hier haben. Ah ja, das sind die Mini-Programme, so etwas Ähnliches hat ja, äh, Windows, oder Microsoft bei Windows 11 ebenfalls eingerichtet. Das ist das, was unter Windows 10 wahrscheinlich noch hier unten irgendwo war, wo auch hier Wetter und so weiter angezeigt wurde, wo man die News und sowas anzeigen lassen konnte. Und das gibt's jetzt quasi als Widget auf der linken Seite. Ja, das hier sind aber scheinbar die ganz normalen KDE-Standard-Widgets. Allerdings hier auch ein bisschen angepasst an Microsoft oder Windows 11 Optic, wer es denn haben möchte. Gut, reicht erst mal. So, was haben wir hier? Ist eine Chat-Anwendung. Bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Und tatsächlich ist Microsoft Teams vollständig installiert. Sehr gut. Ja, Microsoft Teams ist für Windows verfügbar, äh, für Linux verfügbar. Überhaupt, äh, kein Problem. So, selbstverständlich ist der Microsoft Explorer als Dateimanager nicht verfügbar. Äh, dafür muss dann eben Dolphin herhalten. Und man hat, äh, wenigstens die Symbole soweit angepasst, dass das Ganze dann ein bisschen, ja, vertrauter aussieht. Äh, vom Aussehen her hat sich tatsächlich das Dolphin jetzt gar nicht so großartig geändert. Es sieht nach wie vor wie das, ja, Vanilla KDE aussieht, ne? So, okay. Äh, hier haben wir noch mal OneDrive. Ich gucke mal drauf. Ich will mal wissen, was OneDrive... Okay, ist leer. Ist einfach nur ein Ordner. Gut, was haben wir hier? Jetzt steht hier Edge. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich der Edge-Browser ist. Und tatsächlich, es ist der Edge-Browser. Denn, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Monaten, hat ja Microsoft den Edge auch für, äh, Linux, äh, beigegeben. Wir können mal hier inspirieren. Das können wir alles so lassen. Nein, wir wollen hier nichts anmelden. Und, äh, ja, tatsächlich haben wir jetzt hier, ähm, den Edge-Browser komplett eingerichtet in Linux. Funktioniert ganz normal. Warum man auch immer das machen möchte, nutzen möchte, das muss jeder selber für sich wissen. Äh, von der Funktion her ist der Edge jetzt nicht der schlechte, auch von der Geschwindigkeit her, hat er, äh, bei diversen unabhängigen Tests deutlich besser abgeschnitten als, äh, Google Chrome zum Beispiel. Und aber auch als, äh, Firefox von der Performance her. Kann man halt nicht anders sagen. Das, äh, Ding ist ziemlich schnell. Gut, dann haben wir hier noch Discover, nehme ich mal an. Also, der Microsoft Store wird natürlich hier nicht eingebunden werden. Jawohl, hier haben wir Discover, äh, Standard KDE, ähm, Anwendungs, ja, Manager. Und, äh, der ist nicht sehr, äh, hübsch, muss ich sagen. Ich finde den von Elementary OS oder auch den von Linux Mint und so weiter. Diese Software Center finde ich deutlich schöner. Die sind, äh, mit einem schönen, mit einem schönen Dashboard, wo man dann, äh, wunderschön alles sortiert sieht in Kategorien. Das ist alles so funktional und minimalistisch. Das, äh, macht leider nicht so viel Spaß, sich hier einfach auch mal durchzuscrollen. Äh, finde ich, hätten die tatsächlich noch ein bisschen was machen können. Ähm, aber ansonsten kann man hier alles runterladen, was man dann eben so braucht. Hier übrigens Element kann man hier ebenfalls von Flatpak installieren. Also Flatpak scheint hier tatsächlich dann, äh, das Hauptding zu sein. Der Hauptpaketmanager. Alles wird über Flatpaks installiert. Warum ist Element so wichtig? Hier, Element. Auf jeden Fall empfehle ich Element zu installieren. Denn nur mit Element hast du dann Zugriff auf den, so ein Typ im Internet, äh, Matrix Space. Das ist quasi so ein, äh, Chat, äh, Raum. So ein bisschen ähnlich wie Discord. Da habe ich einen Chatraum und da könnt ihr euch ein bisschen treffen. Und dann können wir da gemeinsam Erfahrungen austauschen, Hilfe anfordern, Hilfe geben, Hilfestellungen geben. Oder einfach mal so ein bisschen über die Linux- und Open-Source-Welt quatschen. Ja, einfach mal Element herunterladen. Link zu meinem Matrix Space ist unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und Element dann auswählen. Gut, ja, soweit ist, äh, dann Discover. So, dann, äh, was mir hier gleich ins Auge gefallen ist, ist hier oben, äh, Linux FX Android. Äh, das ist mir schon aufgefallen, dass, äh, auf der Webseite, dass das hier irgendwie so ein bisschen hochgehoben wurde. Und dass das denen, das scheint denen sehr wichtig zu sein, den Entwicklern. Dass hier dieser Android-Support hier verfügbar ist. So, anscheinend ist die CPU-Virtualisierung im BIOS ihres Geräts deaktiviert. Starten sie, äh, und so weiter neu, um das nochmal zu aktivieren. Okay, äh, hat ein Android-Image keine virtuelle Festplatte? Möchten sie den Bild lesen? Hm, 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 ne, will ich jetzt alles nicht. Okay, hier kann man quasi sowas wie ein virtuelles Android starten, um zum Beispiel Android-Apps entsprechend auszuführen. Das können zum Beispiel Spiele sein oder andere Android-Anwendungen. Dazu ist es wohl notwendig, dass man die Virtualisierung aktiviert, damit quasi ein virtuelles Laufwerk hier eingebunden werden kann. Und dann läuft das Android im Prinzip so ähnlich, wie als würde ich das in einer virtuellen Maschine halt starten. Ja, da ich ja, äh, das, äh, Linux FX hier ebenfalls in einer virtuellen Maschine gestartet habe, kann ich natürlich jetzt nicht innerhalb der virtuellen Maschine noch eine virtuelle Maschine starten. Das wäre ja völlig absurd. Gut, so, was haben wir hier? Äh, OneDrive. Ähm, gucken wir mal. Ja, OneDrive ist tatsächlich dann, ähm, als Software hier drauf. Äh, kann man sich dann anmelden und wer bereits ein OneDrive-Konto hat bei Microsoft, kann das dann hier im Prinzip weiter nutzen. Ist auf jeden Fall sehr gut für die Leute, die umsteigen wollen. So, Systemmonitor. Schauen wir uns mal an. Wir haben jetzt schon eine ganze Menge geöffnet und gemacht und getan. Deswegen, äh, ist hier der Speicher jetzt bei 1,4 Gigabyte. Ist gar nicht so, ja, ungewöhnlich jetzt. Ich kann das ja nachher im Neustart einfach nochmal testen. So, ich will immer ganz links hier rüber. Ich komme irgendwie damit nicht klar, dass das alles hier so mittig ist. Ich weiß auch nicht. So, ansonsten haben wir AllApps. Wenn man mal drauf geht, dann gehen wir das Ganze hier mal ganz fix durch. Allzu viel sollte ja hier nicht installiert sein. Äh, es gibt hier Cheese, Webcam-Anwendung, ganz für Standard. Also, CID, CID, Change Pass. Ach, das ist wahrscheinlich ein Passwort-Manager. Der hier, äh, drin ist. KDE Connect ist mit installiert. Das ist natürlich sehr wichtig, wenn gerade Android Studio auch hier mit drauf ist. So, Google Chrome ist ebenfalls installiert. Da kann man dann als Standard-Browser dann, äh, entsprechend, äh, festlegen. So, ist also auch schon komplett drin. So, dann, äh, Grenview als Bildbetrachter. Helloa ist im Prinzip, ja, dieser Voice Assistant. So, ein Brennprogramm. 3K, äh, K3B ist mit dabei. CID als Text, äh, Editor, als Standard-Text-Editor. Der, äh, deutlich besser natürlich ist, als das ganz stinknormale Notepad von Windows. Okay, was haben wir hier sonst noch? Hm, 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 Taschenrechner. Hier nochmal KDE Connect, Partitionsverwaltung, äh, K-Mag, das ist dann KDE Magnifier, so wie so eine Lupe. K-Mail ist dann der Standard-E-Mail-Client für KDE, genauso wie Konsole. Organizer ist der Kalender, Fotoalbum. Ja, und hier haben wir dann noch ein Torrent-Programm, ein, ähm, ja, K-Wallet-Manager. Das ist auch für Passwörter, nehme ich mal an. So, und was haben wir sonst noch? So, hier steht Microsoft, äh, Excel Online, also die komplette Microsoft-Bibliothek ist hier quasi drin. Ich nehme aber mal an, sobald ich hier etwas öffne, muss ich mich einloggen mit meinem Microsoft-Account. So wie Sie sehen, sehen Sie natürlich nichts, doch jetzt. Und da kommt die Anmeldemaske, genau, ich muss mich anmelden, damit ich Microsoft Word Online, äh, entsprechend nutzen kann. Äh, das ist besonders gut, wenn du, ähm, mit anderen kollaborierst und du tatsächlich auf die Microsoft-Produkte auch angewiesen bist, dann kann's, macht sich das natürlich besonders gut. Aber dazu braucht es jetzt nicht dieses Betriebssystem, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Teams haben wir schon gesehen. OBS Studio ist standardgemäß mit installiert. Das finde ich interessant. So, dann haben wir Ocula, das ist ein Dokumentenbetrachter. OneDrive-Only-Office-Center, das ist auch sehr lustig, dass hier das Microsoft-Center, ähm, ja, an, das Logo von Microsoft Office hier ist, dabei handelt es hierbei um Only Office. Denn Only Office ist die Alternative zu Libra-Office, äh, die wohl, ja, sag ich mal, dem Microsoft Office auch optisch wohl am nächsten kommt. Ja, ist wirklich sehr gut, unterstützt im Prinzip zu 100% nativ die DocX-Dokumente von Microsoft. So, Java-Konsole, Java-Shell ist mit drin. Für die, die Java programmieren möchten, die können dann sofort loslegen. So, was haben wir hier? Remote Desktop Client, okay. Siebe Editor Spectacle ist ein Aussch-, also ein Screenshot-Tool. Steam ist vorinstalliert, auch das finde ich interessant. Dann der Synaptik-Paketmanager, klar, wir befinden uns auf dem Ubuntu LDS. Und dann gibt es noch den Systemmonitor, den haben wir jetzt hier zweimal. Den New Launcher, den haben wir vorhin schon gesehen, das ist hier unten diese Looper. Virtuelle Desktop, der VLC Media Player ist mit installiert, sehr schön, finde ich gut. Und Wine Tricks, um natürlich noch ein paar Windows-Exe und DLLs starten zu können, beziehungsweise Windows-Programme installieren zu können. So, so wie es aussieht, hat jetzt hier der Synaptik-Paketmanager nicht funktioniert. Der startet irgendwie nicht. So, dann machen wir das Ganze eben so. Der hat mich jetzt nur darauf hingewiesen, dass ich das Ganze jetzt hier ohne Sudo gestartet habe, weshalb ich dann gleich möglicherweise nichts installieren kann. Ist aber überhaupt nicht so schlimm. So, das war ein kurzer Einblick in, ja, Windows FX 11 oder Linux FX 11, wie man das gerne hätte. Was wir jetzt mal noch schauen ist, das ist ja jetzt Windows 11. Ich habe ja irgendwie am Anfang gesehen, dass es hier wohl Themes gibt, dass man das auch umstellen kann auf Windows 10 oder sogar Windows 7. Dann wollen wir mal schauen. Hier steht schon mal Linux FX ist nicht aktiviert. Man müsste es hier irgendwie verifizieren, was passiert, wenn ich da jetzt draufklicke. Gerät kommuniziert mit den Servern. Bitte warten Sie einen Moment. Und dann muss ich hier einen Produktschlüssel eingeben. Das ist wahrscheinlich dann diese 35 Dollar Lizenz. Die wollen wir jetzt aber nicht. Die brauchen wir jetzt aber nicht. So, dann anpassen. So, es gibt dann hier die verschiedenen Themes, wie zum Beispiel der Dark Mode. Ja, oder so ein halber Dark Mode quasi. Wo dann hier zwar alles im Menü Dark ist, aber die Fenster selber noch hell. Dann gibt es wahrscheinlich noch den vollständigen Dark Mode. Das sieht natürlich auch sehr, sehr schick aus. Ich verwende ja sehr gerne den Dark Mode, weil das einfach, oder ja, diesen Dark Mode, weil er sehr angenehm für die Augen ist. Ja, schön hier fällt es, hier sieht man das jetzt auch in diesem Dark Mode, wie die Transparent, dass das alles so schön geblurrt ist und die Transparent, also das ist schon gut, gut verarbeitet. Das kann man nicht anders sagen. Themes und Symbole. Was haben wir hier? Gut, das sind tatsächlich nur diese drei Themes quasi. Und ich glaube, auf der Webseite von LinuxFX kann man sich dann noch die Cinema-Version oder also die Cinema-Version herunterladen, wo man dann Windows 7 Optik hat und auch die Windows 10 Version, wo dann im Prinzip Windows 10 Thema ist. Ich glaube, das sind alles dann unterschiedliche ISOs, die man dann herunterladen muss. So, ansonsten ist dieses Menü quasi ein etwas umgearbeitetes KDE-Menü. Muss ich sagen, ist sogar meines Erachtens ein kleines bisschen besser als das originale KDE-Menü. Es ist natürlich sehr stark an Windows 11 angelehnt, an der Menüstruktur von Windows 11. Und da muss ich aber sagen, die ist so schlecht nicht. Die Struktur, die Menüstruktur ist gut. Die ist sehr, sehr gut gemacht. Auch bei Windows kann man nicht anders sagen. Hier können sich einige Linux-Betriebssysteme durchaus eine Scheibe abschneiden und da mal ihre Menüs ein bisschen aufräumt. Ich meine, das GNOME-Einstellungsmenü ist sehr, sehr gut kategorisiert und sehr, sehr schön geordnet. Aber das KDE-Einstellungsmenü von KDE-Plasma, das Standard-KDE-Plasma, ist manchmal eine echte Katastrophe, sich da durchzufinden, weil es dann für jeden Pups quasi eine eigene Einstellungsseite nochmal gibt und dann öffnet sich ein neues Fenster, wo man da auch nochmal irgendwas einstellen kann. Und hier ist das wirklich jetzt wunderschön sortiert und dann in Unterkategorien, wo man dann die Startups hat und dann hat man hier die Autostart und so weiter, optionale Funktionen. Und das ist wirklich wunderschön strukturiert. Gut, dann machen wir mal einen Neustart, denn ich möchte wissen, wie Windows denn oder Linux FX11 im frisch hochgefahrenen Modus so performt. So, jetzt einmal HTOP gestartet. HTOP ist hier schon vorinstalliert. Das habe ich jetzt auf gut Glück einfach mal gestartet. Und ich sehe hier, dass die Prozessorauslastung, meine sechs Kerne, die ich jetzt vergeben habe, die sind jetzt mal kurz ausgeschlagen. Es wird hier ziemlich viel im Hintergrund gestartet. Gut, man darf auch nicht vergessen, die Update-Überwachung läuft ebenfalls. Ja, und auch Teams hat sich eben gestartet. Dann hier OneDrive startet automatisch. Und hier eben auch dieses AnyDesk. Das ist wahrscheinlich so ein Support-Tool, wo man sich dann verbinden kann. Ja, alles in allem verbraucht das Ganze im Leerlauf fast ein Gigabyte an RAM-Speicher. Das ist eigentlich schon ganz schön viel, muss ich sagen. Denn dafür, dass auf der Webseite damit geworben wird, eben auf schnell, schlank und stabil, sagen mir die Zahlen quasi was anderes. Flank und stabil bedeutet für mich, dass hier weit unter 500 Megabyte RAM-Auslastung sein müsste. Das ist für mich schlank und stabil, beziehungsweise flank und schnell. Wegen der Stabilität kann ich nichts sagen. Das läuft ja jetzt hier alles wunderbar. So, wir probieren mal noch schnell Kodi. Sehr gut. So, also Kodi ist eine Multimedia-Oberfläche. Und die kann man, und Kodi kann man quasi ja als Media Center verwenden. Denn über Kodi hat man dann Zugriff einmal auf seine eigenen Dateien, wie zum Beispiel Videos und Musik. Man kann hier allerdings auch auf Streaming zugreifen, auf Netflix, auf seinen Kabel-Fernsehanschluss. Auch das kann man alles ganz gut einstellen. Und dann kann man durchaus Kodi auf einem Fernseher auch streamen und dann dort entsprechend alles sich anschauen. Sehr interessant finde ich hier das Neo-Fetch-Logo ist ein Pinguin. Hat mich jetzt, wundert mich fast, dass die da nicht auch noch das Windows-Logo reingepackt haben. Aber irgendwo muss ja noch mal Schluss sein mit der Urheberrechtsverletzung. Gut, also Windows FX11 bzw. Linux FX11. Für wen ist das überhaupt geeignet? Ja, im Prinzip für jeden, der Windows 11 wirklich schick findet und sagt, dieses Design ist wirklich top. Und ich möchte nur noch dieses Design verwenden. Aber ich habe die Nase voll von Windows. Von der Übergriffigkeit zum Beispiel oder die Update-Politik oder die Performance-Vorgaben, die Spezifikationsvorgaben kann ich nicht erfüllen. Aber ich möchte unbedingt ein System haben, was so aussieht wie Windows 11, weil ich Windows 11 eben sehr schön finde. Ubuntu LTS ist hier als Unterbau drin. Das bedeutet, man kann hier wirklich davon ausgehen, dass hier alles auch stabil läuft. Da bin ich mir absolut sicher. Und Zusatzprogramme können direkt über Discover heruntergeladen werden. Und zwar dann als Flatpacks. Und Flatpacks ist genau das, was die Zukunft hier bringt auf den Linux-Betriebssystemen. Denn Flatpacks sind wirklich universell einsetzbar auf jeder Betriebssystemoberfläche. Egal, ob das jetzt ein Arch Linux ist, Manjaro, Ubuntu, Debian, keine Ahnung. Egal wo, nahezu überall kann man Flatpacks installieren und dann dort die Programme entsprechend starten. Jetzt bist du gefragt. Teile mir doch mal in den Kommentaren mit, ob du Linux FX installieren und nutzen würdest. Direkt als bestes Betriebssystem. Ich werde Linux FX natürlich jetzt wieder deinstallieren, weil ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Design jetzt nicht so toll, dass ich das jetzt dauerhaft nutzen möchte. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ, ich bin ja nur so ein Typ, ich bin ja nur so ein Typ, ich bin ja nur so ein Typ. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ.